neuen video wir spielen heute mal wieder minecraft nicht das normale minecraft sondern minecraft und hier kommen wir von der nächste reihe dann gucken wir mal wo sie geht Okay, wahrscheinlich sollen wir hier rauskommen. Ich bilde mal meine Zelle. Wir haben hier wie bekannt platziert worden auf Gold. Das ist sehr gut, das ist ein Asen und ein Gemälde. Ich guck mal, was hier meine Nachbarn so alles haben. So, dann gucken wir mal bei meinen anderen Nachbarn. Ah, der hat Leitern und Gesichtsblock. Dann gucken wir mal bei dem. Achso, ich glaub das ist Marz. Das geht bei Leitern und Holz. Das Holz können wir, glaub ich, beim Brauch halten. Okay, hier sieht es erstmal ganz chillig aus. Was handeln die hier denn alle? Bleibt doch hier. Oh Mann, warum schlag ich die immer an? Wir haben die doch weg. Okay, also wir gehen erstmal hier raus. Warte, ich muss mal gucken, ob das funktioniert. Das ist ja weg hier. Und das ist dann hier raus. Ich muss mal gucken, was die hier alles in ihrer Zelle ist. Das ist ja weg. Dann haben wir noch ein Gemälde. Oh, zwei Divers. Endstop und noch ein Gemälde. Eine Angel und ein Pferd. Noch ein Engel. Was ist denn hier los? Drei Eisenbarren und Fichtenholz. Oh ja, ich werde dazu auf jeden Fall noch ein zweites Video drin. Weil das nicht ob jetzt schon so lange dauern wird. Ich kann das jetzt in so einen Hebel. Oh. Die Leitern kann man auf jeden Fall auf dort platzieren. Hier oben ist nichts. Okay, hier kommt man auf jeden Fall nichts rein. Und das ist anscheinend gewichtiger. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht kontrolliert werden. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ich hier nicht kenne von uns. Vor meines Zelles. Hier sind auf jeden Fall die drinnen. Einzelne Zimmer. Ich gehe jetzt mal ganz nach oben. Und jetzt springe ich hier einfach mal runter. Oder gucke einfach mal, ob hier irgendwie... Ah, da ist eine Tür offen. Sogar mehrere. Okay, ja. Als ob... Den Weg habe ich alles behalten. Ich frage mich nicht nur, woher die Zelle ist. Ich frage mich nicht nur, woher die Zelle ist. Ich frage mich nicht. Ich frage mich. Hier sieht man, woher die Zelle ist. Das ist klein. Da sieht man Panniysband. Oh, wunlich. Das ist ein großes Gefängnis. Kann ich hier irgendwas abbauen? Okay, anscheinend nicht. Kann ich die Wester hier schlagen? Okay, anscheinend schon. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall hier ausbrechen. Habe ich gerade gemerkt. Ja, ich bin ganz nett. Heidenwächter, komm ich hab was. Und ich brauche hier ein paar Hebel. Ich müsste, glaube ich, einfach mal noch die Zähne hier kontrollieren, ob es da Hebel drin ist. Das wäre schon richtig cool. Oh, diese Wettstahl-Närven-Werner total. Ich bin ganz nett. Ich bin ganz nett. Ich bin ganz nett. Jetzt, ich bin ganz nett. Töten? Nein! Jetzt habe ich mich hier selber eingesperrt. Okay, doch nicht. Okay, doch nicht. Ich will hier raus. Was ist das denn für eine Zelle? Kommt mir irgendwie komisch vor? Man hier sagt ja nichts. Okay, ich würde sagen, ciao. Wenn ihr mehr davon wollt, lasst ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal kostenlos. Und ja, ciao.